So, dann hören wir mal. Der erste Run Woody in Salpkirch. Schauen wir mal, was er spricht. Untertitelung des ZDF, 2020 Check it up. Okay, nett. Gut zum trainieren auf jeden Fall. Ja, da brauchst du aber deine Stunde. Okay. Hier runter. Komplett. Puh. Boah, die sind ordentlich. Okay. Okay. Schauen wir mal. Da sind schon die Spuren hier. Gibt es also einen Turm. Da fangen wir auch hin. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Das müsste jetzt glaube ich so weg. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, mutig, matschig auf jeden Fall. Okay. Und wieder unten. Okay. 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 It's time to free our demons And show the feelings that we hide Searching for some kind of rush Acceleration too far is never enough So entertain us Faster, louder Take us higher Searching for some kind of rush If you want me 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 Musik Eng ist er So, also Ich würde sagen Für lange Bikes extrem anstrengend zu fahren Für kleine, wendige glaube ich ist das geiler Aber lange Lange Fahrräder haben es hier schwer Das ist echt krass So, jetzt fahren wir wieder knapp zum Auto und mal warten